Die Trauben von fast 6000 Winzerfamilien werden in nur wenigen Wochen angeliefert. Jeder Handgriff muss sitzen, damit sie zügig verarbeitet werden können. An Pausen ist jetzt kaum zu denken, denn die Winzer machen die Nacht zum Tag. LKW, Traktoren und Anhänger werden noch bis in die frühen Morgenstunden entladen. Wir freuen uns, dass uns die Winzer gut drauf bringen und dann versuchen wir das, was die Natur gebracht hat, auch in ordentlichem Wein umzusetzen.